Ah, interesting. Ja, dein Outfit ist sehr knapp geraten, ich weiß. So, hier parken eine Menge Autos. Und wessen Hütte ist das jetzt? Do not enter. Enter from others side. Ähm, wohnst du hier? Wir kommen hier nicht rein. Was jetzt? Ja, was denn? Wir kommen hier nicht rein. Von der anderen Seite. Komm mal mit. Hallo. Hä? Da stand doch gerade, oder? Keine Ahnung. Gehen weiter. Sieht doch alles schick aus. So, wo ist sie denn? Ach da, oh Gott. Wo kommt sie denn auf einmal her? Also, ich meine mal zu sagen, es ist ein sehr, sehr schicker Vorgarten. Schickes Häuschen. Sehr schön dekoriert. Kannst du das Licht nochmal anmachen. Das sah cool aus. Oh, da drin, ey. Mäuschen, da drin steigt die Party. Und sie sagt, ja, whatever. Los, komm mit. Mal ein bisschen abdancen hier. Keep out. Okay. Oh, lecker. Das wird eine richtig geile Fede hier. Warte mal hier. Ich habe zwei Äpfel für uns. Komm mit. Hier geht's rein. Scheint wohl ein kleines Labyrinth zu sein. Hi Frank. Scheint wohl keiner da zu sein. Boah, Alter. Steh mir doch nicht direkt immer... Hast du gehört? Steh hier. Okay. Der ist ja cool. Hallo. Fett dich. Hi Lucifer. Dieser Hase. Ich sage es immer wieder. In jedem Horrorspiel ist dieser Hase. Hä? Was ist passiert? Der schöne... Oh, der schöne Fernseher. Ich habe da Salz gestreut. Konntest du gar nicht durch. Unreal Engine 4. Okay. Hä? Du lebst doch normalerweise. Hey. Warum steht der hier in der Ecke rum? Der lebt normalerweise. Hello Party, Booklet. How to have a great scary party? I have no idea. Also lass uns weiter fortfahren. Epic Games. WTF. Lass mal schön Werbung machen hier, ne? Oben ist einer. Okay. 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 Was denn? Oh mein Gott. Achso. Oh. Hat keiner gesehen. Schiffst du wieder zu. Was? Extreme Stress. Something evil happened. Two. Revenge. Spirits want to harm all. Drei. Vier. Spirits have a hard time leaving this world to the afterlife. Okay. Wir haben es also mit einem Gesch- Geist zu tun. Okay. Wow. Ja. Ähm. Ich mein natürlich. Oh Gott. Eine Leiche. Man möge bitte den Notarzt rufen. Ähm. Officer am Boden. Officer am Boden. Sie versperren mir wahrscheinlich den Weg. Können Sie vielleicht mal beiseite treten. Wow. Was hat mich hier gerade weggedrückt? Okay. Äh. Okay. Ja. Oh Gott. Oh mein 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 Gott. Ja. Ich Metal. Ich reiche ihn mit anderen voll. Meiner Frisse. pickles. Das ist die aus dem ersten Level. Ja aus dem zweiten glaube ich. Aus diesen komischen... Häuschen da. Diese alte Schabracke. Boah, da weiß ich noch, das habe ich mit der VR-Brille gespielt Boah, war mir am Ende schlecht Weil ich gleich zwei Level Machen wollte Oh, fuck, ich stehe schon wieder direkt in seinem Weg Okay, was haben wir denn hier? Soll ich mich jetzt hier hinsetzen, oder was? Es ist Halloween Was denn? Was ist passiert? Ich weiß doch nicht mal, wo ich hingucken soll, Alter Kann ich hier rein? Ach nee, warte mal, irgendwo Da, genau, da war eine Tizu Genau, stimmt ja Alter, was war das? Ich kann es nicht lesen, tut mir leid Mit der VR-Brille könnte man jetzt rangehen, aber so ist es halt echt schlecht So Book of the Dead Cleansing harmful spirits Collect these items for this task One Holy green candle Offers an aura of peace to the spirit Two holy red candle A neon candle And a white candle Habe ich gesehen That's the first one I got it Die anderen habe ich auch schon gesehen Oh, wo waren die jetzt? Ein Auf jeden Fall Wohnzimmer Das weißt du Ja Ja, alles ist gut Ach, schießt du da immer noch? So Hier ist der Neon Farbende Okay, jemand mag Jesus nicht Jemand ist auf jeden Fall Nicht gläubig Ähm, da Hängt eine Menge Blut dran Wo wir normalerweise Gar nicht lang konnten Deswegen gehen wir erstmal Hier gucken Was hier ist Und hier ist Natürlich nichts Das heißt, wir müssen natürlich Da lang Und Okay Okay Oh Gott Ich glaube, die Ich glaube, die war nackt Oh Gott Ich habe sie, glaube ich, in Unterwäsche gesehen Oh Gott Ja Oh Oh nein Oh nein Sie ist tot Nein Nein Diesmal kriegst du mich nicht Diesmal nicht, mein Freund Ha So, ich glaube, ich habe alle Ich glaube Ich müsste alle haben Oh nein Sie ist tot Was ist mit dir passiert, Alter Ähm Ja, ist in Ordnung Und mit dir Oh nein Ich weiß ganz genau Wenn ich das jetzt mache Da rufe ich doch das Ding Zum Leben Oder nicht Ja Ja, seht Seht ihr das Gesicht Also Es hat halt Da würde ich fast sagen Wie bei Supernatural Die Leviathane Genauso sieht das Ding aus Yo So So Was Was jetzt Autsch Ach du verdammtes Arschloch Ja Ich bin schon weg Ich bin schon weg Gott Ja, ich bin raus Ohne Scheiß Brauch er nicht zweimal sagen Ja Hier ist niemand Komm, lass gehen Nee, nee Du bist Komm Ohne they were dead Ja